Davon. Wir brauchen 8 Lapislazuli Plates. Gut. Gehen die einfach so? Nein, natürlich nicht. Wie kann man die denn machen? Lapislazuli Dust in den Kompressor. Äh, klingt überhaupt nicht logisch. Aber, wieso mal nicht? Das Ding hat sich schon wieder halbwegs erholt. Das Ding ist nur immer bei 42%. Puh. Ich glaube, ich muss da noch was hinterschnallen. Das reicht scheinbar nicht wirklich aus. Ups. Dann falle ich hier so einfach runter. Joa. Mal sehen, was das Ganze ergibt. So. Wir brauchen 4... Warte mal, wir brauchen... Ich hätte die Rupfer als Taste nehmen sollen. Wir brauchen 2, 4, 8 Electronic Circuits. 8, das sind... 8 mal 3 sind 24 Stücke Kupfer. Die wir auch genau haben. Das sind die Restlichten. Oh, Zombie. Geh mir jetzt nicht auf den Sack. Oh, musstest du sterben. Das steht hier richtig. So. Weiter kraften. Hm. Zack. 48 Stück. Jetzt haben wir natürlich nicht genug... Rubber dafür. Also erstmal ins Bett legen. Die Logik ist, ähm... So richtig gut bei mir. So, und da haben wir unsere... Rubberwood. Tree Trap. Oder nur die Tree Trap. Stirb. Was gibt es denn nicht, dass sie genau vor mir stirbt. So. Hm. Hier haben wir was. Schön. Da haben wir was. Schön. Hier haben wir was. Hier haben wir auch was. Da haben wir noch einen kleinen Erfahrungspunkt. Wir haben jetzt 5. Das wird für 15 reichen, aber nicht für alles. Schade. Ähm. Ja, ich würde sagen, ich brauche mehr Rubber. Gehen mal auf kleine Erkundungstour. Nachdem wir hier alles wieder weggesteckt haben. Das war noch was. Hier haben wir auch noch was. Genau. Und äh... Das war's. Ja. Ach, da haben wir ja genau 30. Gut. Dann reicht das ja. Dann machen wir erst unseren Nano-Helmet und dann den Rest. so. Äh. So. 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 24, das sind 4, das bedeutet wir brauchen 4 Iron Blades, superschön, supergeil, so, zack, die haben wir schon mal, ähm, das fehlte uns noch, dafür Kupfer, nein, hierfür einfach nur Kupfer und, ah, 13, also 5 Kupfer, 13 und wir brauchten 4 Stück dafür, also wir brauchen 40 Kupfer und 12, wir haben aber noch jede Menge, gut. Ja, was macht das Teil, das ist jetzt gleich zum Glück fertig, ich beile ich mal ein bisschen, was macht unser, der ist mit 43%, also der arbeitet schon, das dauert nur ziemlich lange, können wir auch schon mal 4 Platten, das kann ich auch schon mal wegtun, Energy Crystal, alles haben wir jetzt, wir können ja schon mal 40 Kupferplatten herstellen, eine 27, so, da haben wir unsere 40 Kupferplatten und da haben wir unsere 12 Platten, die wir jetzt verbrauchen werden, und hier haben wir, tut mir leid, 1, 2, 3, 4, da ist der, hallo, nimm den Hammer doch gefälligst, da haben wir schon wieder fast im Arsch, das ist so scheiße viel, was wir hier machen müssen, so, da haben wir unsere 8, so, da sind die 12 Kupferplatten, schön, und jetzt kommen die 40 da rein, oh, hab ich mich irgendwie verrechnet, jetzt haben wir 4 davon, ja, 4 davon reichen, ah, da hab ich mich in den Kupferplatten verrechnet, nein, hier brauchen wir noch Kupferplatten, gut, so, was ist mit dem Lapislazuli, das haben wir, aha, hey, ich vergesse das Rezept dauernd, das ist nicht besonders schön, das haben wir, das haben wir, oh, 2 Surprits, ja, haben wir, gut, 1, 2, 3, 4, Kupfer in die Mitte, Lapislazuli, außen, hin und, 1, 2, 1, 2, 2, kann man aber wieder nicht stecken, jetzt fehlt nichts mehr, fängt mir noch, hier, das hart mit Glas, äh, der Advanced Electronics Circular, die Luminators, das Glas, und die RE-Batton, wenn ich mich nicht irre, so, äh, nein, tue ich nicht, gut, 2 Rubber, nein, ich vergesse das dauernd, das geht nicht, Advanced Circuit, Luminator, gut, Circuit, Luminator, Reinforced Glass, it's, 1, Exchanger, und eine RE-Battonie, und ich hab Night Vision Goggles, so, das kann ich alles wegwerfen, das, das, was bringt das überhaupt, Glas brauche ich auch im Moment nicht, naja, mal gucken, was das bringt, yeah, naja, vielleicht sollte ich es vorher aufladen, 20.000 EU braucht das Ding, okay, das ist viel, zwar nicht die Welt, aber es ist viel, äh, nicht 20.000, 200.000, neum, 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 Nein, das war der falsche Button Oh Nein, das ist da auch nicht Vielleicht bekomme ich in der Nacht irgendwie Nightwagon oder sowas Wer weiß Äh Ja Jetzt fehlen noch die da und die da Und Wir bekommen Ein Nano Suit Carbon plate Carbon plate Energy crystal Nightwagon Ach ne, sag jetzt nicht, dass ich hier erst leeren muss Hm Hmm Hmm Mmm Mmm Okay ior